Jo liebe Leute, hallo herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu, wie machen wir heute weiter? Und zwar gehen wir heute in Arena Nummer 7, das geht jetzt relativ zügig. Na? Was hast du diesmal für unsere Aufgabe? Hau die zukünftige Gerne an, wie geht's, wie steht's? Dieser A... Was? Äh, kommen wir gleich zur Frage Nummer 1. Jetzt noch nicht Pyro, denn nein, sonst kommt er jetzt ein bisschen später. Hm, okay. Jetzt hab ich den Faden verloren. Ja. Naja, bei dem Herrn, den du gerade gesehen hast, hat er sich um Pyro den Arena-Leiter hier auf der Zinoma-Insel. Sein ist eigentlich ein Meister im Umgang mit Feuer-Pokémon. Dass du es hier geschafft hast, bedeutet wohl, dass du den Geheimschüssel geergattert hast. Damit hast du das erste Riesel gelöst und der verdient, in dieser Arena treten zu dürfen. Hab vorsichtig, geht andere Regeln. Dem kämpfen musst du dich nämlich auch noch einigen hilfligen Quiz-Fragenmann-Wund. Na gut, viel Spaß hier und wir brennen nicht die Finger. Genau, weil dieses Arena ist eine Feuer-Arena. Na, bist du bereit? Gut, dann stell dich mal darüber. Willkommen beim Pokémon-Quiz, live hier aus der Arena der Zinoma-Insel. Ja, eigentlich ist die Antwort Magma, aber da wir kämpfen müssen, wären wir einfach Vulcano. Ha, der Kandidat hat seine Antwort gegeben. Doch, liegt er damit auch richtig? Leider nein. Also ein Pech aber auch. Man kann es reden und wenden, wie man will, aber deine Antwort bleibt leider falsch. So schaffst du, musst du gegen einen meiner Schüler antreten. Was glaubst du, wie heißt der Feuer-Artem- und das Pokémon-Wund werden kann? Ich mach das immer uns bewusst. Die Nachfragen falsch zu antworten, damit wir wirklich gegen den Trainer kämpfen müssen. Ja. Der fängt auf jeden Fall mit einem Glutexo an. Und wir bleiben bei unserem Duo. So, Traumato. Euer Hypno-Hund. So. Da gehen wir mal drauf. So. Das war's für heute. So, damit haben wir den auch zumindest bis ich den ersten und die erste Pyro-Puppe haben wir. Aber, ah, galt halt. Wie viele von der Pokémon-Liga an der Kante Arena-Orden gibt es? Es sind eigentlich acht. Das wäre hier Nummer sieben. Deswegen, aber gehen wir trotzdem auf die falsche Frage. Der Kandidat hat auch eine Antwort gegeben. Doch liegt ihr damit auch richtig? Ha, scheiße. Du hast wieder falsch geantwortet. Du Loser. Ja, darfst also nochmal antreten. Früher war ich nicht lieb und habe allerlei krumme Dinger gedreht. Aber hier auf der Zinomel habe ich auf dem rechten Pfad zurückgefunden. So, wir haben einen weiteren Trainer. Auf jeden Fall. So, wir müssen auf jeden Fall jetzt weitermachen. Dann werden wir nach der jetzt. Pulnona. Kennen wir auch noch nicht. Also, wir müssen auf jeden Fall jetzt auf jeden Fall. So. Okay, wir bleiben auf jeden Fall bei diesem Du-Kampf. Haben wir Durchbruch. Und er bleibt auf jeden Fall auch bei der Psychokinese. Warum setzt sich nicht Kaskade ein, so nebenbei gerade? So, dann haben wir das jetzt auch. Der ist... Voluna, komm, ist jetzt eigentlich nicht down sein. Äh, Kopfnuss. Ich sehe schon die vierte Folge hintereinander, die ich aufnehme. Nein. Ja, ist auf jeden Fall da und ja, weil... Das war eine beendrückte Vorstellung. Sowohl in uns gibt es eine Pyro-Puppe für dich. Tada! Ich finde die cool. Das sind auch einige Fragen von dir. Kommen wir also gleich zu Nummer zwei. Eigentlich ist es Nummer drei. Ähm, Pyro, ich würde mich nicht umgehen, aber wir sind bei der dritten Frage. Siehst du? Das habe ich doch gesagt. Kommen wir also gleich zu Frage Nummer drei. Haha. So, zum Pokémon der Attack vom Typ Stahl ein gegen den Feuer-Pokémon. Dann ist sie... Natürlich ist sie sehr effektiv. Ey, welche eine Überraschung. Der Kandidat hat eine Antwort gegeben, aber die ist auch wieder falsch. Mein Gott, weißt du überhaupt irgendwas? Man kann uns reden, wie man will, aber deine Antwort bleibt wieder falsch. Zur Strafe musst du nur gegen einen meiner Schüler antreten. Wolltest du, wie aus Pyro ein Pokémon-Trainer geworden ist? Der sieht so extrem gelangweilt aus, muss ich mal so sagen. Naja, wie dem muss er. Aber wir wollen einen Magma. Komm, der weiße, der trägt einen Rutsch. Bloß keine falsche Bescheidenheit. Machen wir jetzt gerade Frühstrahler ein. Hoffentlich nicht auf Krabbo, sondern auf... Ah, das geht noch. Das kann ich noch über... Kann ich noch wegstecken. Aber der Kaskade müsste jetzt das Magma eigentlich auch down sein. Jawohl, ist es auch. Wunderbar. Das war eine beeindruckende Vorstellung. Zwillen gibt es noch eine Pyro-Puppe für dich. Tada. Unser Kandidat hat damit sage und schreibe, drei Pyro-Puppen-Kämpfe. Frage 4 steht schon in der Stadtdurcherung. Äh, hey. Die Attac-Thema 28, die Attacke. Hyper-Mega-Super-Strahl. Ja, natürlich. Ach, der Kandidat hat wieder seine Antwort gegeben. Aber ist er diesmal richtig? Ach, Mann, du bist ein Noob. So einen schlechten hatte ich noch nie. Also, darfst du auch wieder gegen irgendwen antreten. Hehe, ich war schon viel Pokémon-Aren, doch. Hier, die mag ich am liebsten. Wieder nicht beantwortete Fragen mit Absicht falsch. Also nicht, dass ich das irgendwie nicht wüsste. Ich glaube, mit einer der größten... Mit einer der größten Pokémon-Freaks überhaupt. Sorry, dass meine Dose gerade runtergefallen. Und er ist jetzt ein Fugano, hä? Und wir bleiben in unserem Duo. So, dann nehmen wir das nochmal so. Einmal nochmal Kaskade. Auch das müsste dieses Vulkane ohne Probleme killen. Das tut es auch. Und er ist jetzt ein weiteres Pokémon ein, nämlich ein Galoppa. Keine paar Kämmer ja auch mittlerweile schon. Und wir bleiben auf jeden Fall bei dieser Variante. Er setzt Agilität ein. Und wir bleiben auf jeden Fall. Das war vorher immer so. Das war eine beantwortete Vorstellung. Hier zur Belohnung eine weitere Pyro-Pumpe für dich. Mein Kandidat hat bereits vier Pyro-Puppen sichern können. Das bedeutet, die fünfte und letzte Frage erwartet auf ihn. Wird dich im Anschluss an diese Frage zu einem Kampf herausfordern? Oder will ich dich? Ne, wer will dich? Ein älterer Herr mit Bart. Der Kandidat hat seine Antwort gegeben. Und doch liegt er damit auch richtig. Gott, richtig genug zu sein. Ein Volltreffer. Oh, wir haben nur vier Tränen. Okay. Egal, welche Frage die Antwort ausgewählt haben. Äh, wir hätten auf jeden Fall. Ähm. Ging in der Tränen. Und ich finde den Hintergrund cool mit dem Bart und alles rum und dran. Also es ist echt cool gemacht. Auf jeden Fall. So. Und jetzt geht's gegen unsere Handen. Du hast jetzt alle fünf Pyro-Puppen gesichert. Das bedeutet, es ist eine Zeit mit mir aufzunehmen. Ich bin Pyro, der erinnert an der Tadacid-Uber-Insel. Und mit einem unbändig, lodernden Feuermärzen. Meine Feuer-Pokémon lassen die Siegesträume, weil der Gegner in Flammen aufgehen. Haha, ich hoffe, du hast genug Feuereiler dabei. Weiß ich nicht. Wir werden mal sehen. Wir werden mal sehen. Aber wir werden sehen, was hart. So, wir dürfen auf jeden Fall gegen diese Arena-Leiter antreten. Ich will mal so ein, jedes Mal. Das war natürlich nicht gut. So, gucken wir mal, wie dieses Pokémon direkt da unten ist. Und Magma ist Geschichte. So. Akani. Welche Überraschung. Akani-Flammen-Blitz. Kann ich wirklich leben. Ich weiß nicht. ない Namen jetzt. Ich weiß nicht. Da hat mich oder nicht. Ich weiß nicht. So, was haben wir denn als Z200 ein? Jetzt noch Mikael mal ein. Das war mein Feuerburg immer leid, weil ich hoffentlich kann. Ich kann hier jetzt Mutanfall ein, okay. So. Jetzt hast du noch ein Galopper. Und das Kaskade macht es gut. Eben zu Ende. So, damit muss eigentlich auch alles da, fast alles weg sein. Ich glaube, drei haben wir jetzt weg. Das haben wir als Nummer vier. Was will er da in unseren Kampf schicken? Wulnona, okay. Da kann die Wulnona-Galopper und Magmur. Okay, passt perfekt eigentlich alles. Okay, mal hin. So, dann setzen wir nochmal Drachenpuls hinterher. Und das war's. Die Kaskade bringt Wulnona quasi um die Ecke. Und wir haben Orden Nummer sieben. Kurz aus Sabrina holen wir uns auch Orden Nummer sieben. Und in der nächsten Folge können wir sogar schon den letzten Orden in Angriff nehmen. Das ging dann relativ schnell. Glückwunsch, mit deiner vorherigen Performance hast du dir den Vulkanort verdient. Das ist noch nicht alles. Sonst hätte ich überlasse dir diese Themen. So, Themen 26 ist Feuersturm. Mit dieser Feuerattacke eignen sich Erfolgen von Feuer-Pokémon wie Gutexel und Vulpets. Feuersturm ist einer der mächtigsten Antakten vom Typ Feuer. Du wirst dich vielleicht fragen, warum sie so nahm aussehen. Tja, das kann ich mir leider auch nicht sagen. Ich habe nur gehört, dass es was mit diesem Umherkunftsort zu tun hat. Aber ein Christmas ist nicht allwissend. So, wunderbar. Dann haben wir das auch erledigt. Orden Nummer sieben ist auch unsers. Oh, nochmal hier. Ah, da bist du ja. Ich dachte mir schon, dass du bald in der Arena zur Zinoba-Insel erreichen würdest. Hast du gegen Pyro gewonnen? Super, da haben wir herzlichen Glückwunsch. Um zur Pokémon-Liga zu gelangen, braucht man acht Orden, oder? Ich habe bis jetzt sieben. Jetzt fehlt nur noch Arena in Veltania City. Neulich war da dummerweise niemand. Ich meine, du hast sie auch noch nie von innen gesehen. Weißt du was? Wir schauen mal ein bisschen gleich nochmal in Veltania City vorbei. Genau, das mache ich jetzt auch. Ich sage nicht jetzt, sondern wir machen das in der nächsten Folge. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Pokémon. Let's go Pikachu! Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon. Let's go Pikachu. Wir machen heute weiter mit Nummer... Orden Nummer acht. Doch, wer ist der Arena-Leiter? Wir begeben uns heute in die Arena von Veltania City, um das Thema Arena-Leiter zuzumachen. Aber wer ist da der geheimnisvolle Arena-Leiter? Ich weiß es natürlich, aber viele, die auch neu bei Pokémon sind, die wissen es nicht. Das möchte ich jetzt auch natürlich nicht spoilern. Aber wir schauen uns das Ganze jetzt mal an, wer da der geheimnisvolle Arena-Leiter ist. So, dann gehe ich erstmal aber ins Pokémon Center. Weil wir müssen ja hier ein bisschen... Müssen wir unser Team heilen. Entschuldigung. Dann gehen wir jetzt mal hoch. Gucken wir uns mal an, wer es denn ist. Was ist denn das? Verschlossen und wie gedacht. Aber warum? Sesam, öffne dich. Äh... Sorry, das ist nichts. Buch. Hey! Sag doch was. Er schaut mir dabei zuzusehen, wie ich mich zum Hoppelmann mache. Das ist aber lustig. Aber ist auch nicht so wichtig. Wollen wir, wie viele Orden du dich schon verkehren hast? Sieben. Da sehen wir ja Kopf in Kopf. Ich bin doch die Arena hier. Aber aus irgendeinem Grund ist sie nie offen. Wir müssen jemanden finden, der jetzt sagen kann, warum wir nicht in die Arena kommen. Vielleicht jemand, der uns helfen könnte? Äh... Pikachu vielleicht. Ah, du, das ist okay. Ich hab kein Wort verstanden. Natürlich, wer sonst? Das machen wir auf die Socken. Sieh mal an. Und Jan ist auch dabei. Äh, ihr zwei. Ja. Ihr wirkt beide so viel erwachsener als bei unserem letzten Treffen. Und ihr kommt genau zur richtigen Zeit. Lass mich euch jemand vorstellen. Das hier ist mein Enkel. Und wer war seine Arme gleich? Ach, komm schon ein paar. Das war doch nie witzig. Außerdem kenne ich die beiden schon längst. Ich meine, keine Späße darf man sich erlauben. Du und deine Späßchen. Also, lass mir das. Äh, viel wichtiger ist... Ihr beide habt eine reife Leistung abgeliefert. Ja, die Sache mit Team Rocket und so. Ähm, wer hätte gedacht, dass der Boss sich jüngst persönlich in der Save Company umtreiben würde. Und ihr beide habt sie ihn zur Strecke gebracht. Naja, wenn man nur um den Kampf besiegt. Nun ja, um ehrlich zu sein, hat Kev sich alleine um ihn gekümmert. Ich hab nur hier und da etwas mitgeholfen. Na, wenn schon. Dass ich trotzdem richtig reingehen kann. Aber das schreibt für mich geradezu nach einer Belohnung für euch zwei. Ein Schlüsselstein, okay. Aber was hört es mit diesem Schlüsselstein auf sich? Du verschaust das, Alter, mit der Kampfstelle. Oho, ein Schlüsselstein. Damit lässt sich bei einem Pokémon eine sogenannte Mega-Entwicklung auslösen. Das war eine besondere Art der Entwicklung, über die herkömmliche Entwicklung eines Pokémon hinausgeht. Mega-Entwicklung? Das hab ich ja noch nie gehört. Bitte von zwei Bestimmten steigen einem Schlüssel und ein Steiner Mega-Stein. Die kann ein Pokémon einmal pro Kampf eine Mega-Entwicklung durchführen. Pokémon werden stärker, um noch mehr Einsatz für ihre Trainerkämpfe zu missen. Ähm, die Mega-Entwicklung ist also ein Ausdruck der Reitiefen zwischen denen und Pokémon. Dazu fällt mir ein Gedicht ein. Schlangen zwei Herzen im Takte so reine, gepackt bei dem Zauber beiderlei Steine. So wird mit Getöse in all ihrer Macht die Kräfte der Mega-Entwicklung entfacht. Okay. Der Gesessen. Ja. Ähm. Hier hab ich noch was für euch. Ihr könnt sicher mal mit diesem Mega-Stein anfangen. Ich hab ein Visaflornid, ein Gloragnid und ein Gloragnid X, Gloragnid Y und ein Totagnid. Aber jetzt hier ist doch die Pokémon-Liga, stimmt's? Ihr könnt es hier mal ausprobieren. Gut. Also ich kann tatsächlich bei Visaflornid und bei Totagnid auf jeden Fall. Ich glaub, die anderen beiden hab ich auch im Team. Kann ich die Mega-Entwicklung auslösen. So. Oh, Pikachu hat auf jeden Fall irgendwas entdeckt oder möchte irgendwas entdecken. Oh, Pikachu. Das ist wirklich, was ich hier mache. Schlucke Blumen. Später werde ich zu einem hübschen Strauß bin und einem Menschen schenken, der mir wichtig ist. Das ist aber ein Geheimnis. Behalte es bitte für dich. Hast du schon das Neues gehört? Der Arenaleiter von Weltanis City ist wieder da. Das freut sich doch bestimmt. Das ist gleich mal in der Arena vorbeischauen. Na dann, aber los mit dir. Hopp, hopp. Gut, dann können wir jetzt tatsächlich hoch in die Arena von Weltanis City. Hallo, Pikachu. So, wir gehen hoch in die Arena. Also jetzt machen wir uns wirklich auf. Das war's, was wir eigentlich schon in der letzten Folge gemacht haben.